Willkommen zurück zu meinem Korpsfeld, wo es geht in Rodal. Wie versprochen, hier spricht gerade Gandalf mit Gael, bloß dass er mit dem Zelt spricht. Interessant. Ich nenne ihn einfach mal Gandalf. Das Gandalf, hier wird es noch einmal Gandalf hingelernt. Und wie versprochen, machen wir erstmal den Stufenaufstieg für Schettenherz. Die wollen wir jetzt ins Team zurücknehmen. Und da auf Level 2 oder Level 3, wo es ist, können wir sie nicht gebrauchen. Die müssen wir noch ein bisschen was machen. Zaubertricks, was können wir hier machen? Flammernde Zeugen. Eine flammernde Hand erhält ein Radius von 9 Metern bewirkt ein Splatförscher, an der sie geworfen wird. Interessant. Licht, Licht könnte man aber auch gebrauchen. Von den Objekten einer Aura aus Licht. Das könnte man gerade durch die in der Reise durch die Dunkelheit könnten wir es gebrauchen. Nehmen wir Licht. Zauber vorbereiten. Du kannst nur jeweils eine begrenzte Auswahl zaubern wirken. Weder aus welcher Zauber aus der gesamten Zauber vorbereitet sein soll. Zauber müssen außerhalb von den Kämpfen verarbeitet werden. Stufe 1, Stufe 2. Okay, Heilung können wir schon. Das können wir sie. Also ein bisschen. Wollen wir ihr ein bisschen vernachlässigen. Schützendes Band. Wo eine zweite Heilerin? Ich weiß nicht. Ja, es sind eher wir. Ich würde den Heilzauber hier mal rausnehmen. Das kriege ich als Baden schon ganz gut hin. Gebiete Heilung ist allerdings auch ganz praktisch. Wunden heilen können wir schon sehr gut. Gebiete Heilung nehmen wir mal mit zu. Das könnte schwache Genesung. Ja, sie haben wir irgendwie durch uns ersetzt. Aber ich würde die erstmal trotzdem mitnehmen. Ich komme die jetzt so ein bisschen noch zu einem in eine andere Richtung. Zum Angriff. Um es gehen. Ich bezweifle das. Um es zu einem zweiten Support-Charakter. Wir haben jetzt schon Karlach und Ähm Netzel. Da kann es nicht schaden. Und zwei andere spirituelle Waffe. Das ist, ja, das geht in die Richtung, in die ich will. Ein bisschen Schaden verteilen. Schutz vor Gift. Wäre auch nicht schlecht. Wunden zu geschossen. Wunden zu verursachen. Schutz Glaubens. Schutz vor Gift. Nutzung, besänftigen. Personen festhalten. Ja, nehmen wir so. So Talent, was nehmen wir denn hier? Was haben wir denn? Ich habe bisher immer hier Magie gemacht, aber einfach, ich kann mir das hier auch machen. Oder sie irgendwie zum Kämpfer. Ein bisschen um mitbrüchenden Magier. Das ist wir brauchen jemanden, der stark Magier. Maginowice, Magier. Das könnte, da könnten wir vielleicht ein paar. Meister der Kampfkunst. Zwei Manöver. Manöver, der Kampfmeister und der Klasse. Kämpfer haben wir schon zwei starke. Da brauchen wir jemanden, der aus der Entfernung der Fernkampf ist. So ein bisschen der Bekommensier zu Supporter und zum Fernkampf, so zum Magier. Was hätten wir denn hier? Ah ja, hier. Genau das meine ich so ein bisschen. Sie auch ein bisschen zum Angriff gekommen zu lassen. Schockgriff, ja, das könnte passen. Klingeband passt auch zu ihr. Zauber. Da passt natürlich Magier und Magierrüstung. Ace Messer war auch episch. Haben wir auch noch nie ausprobiert. Das würde irgendwie passen, denke ich. Klingebandstufe, so muss ich gleich hinterher. Zauberverbreiten, jetzt kriegen wir Stufe 3 Zauber. Da müssen wir mal gucken. Lichtvolle Öffnung. Schutzgeister. Vergeister bei sich beschützen wie in einer Nähe leiden. 3 bis 3 Schaden. Okay, 3 bis 5 sind Schaden. Tote beleben. Macht sind für sie. Machen wir das jetzt wieder drin. Tote beleben, nicht lang treiben. Spirituale Waffe brauche ich immer noch. Massenheilendes Wort. Nicht schlecht. Wiederbeleben. Überlebe einen toten. Beleiterin. Kehrt wird eins. Ja, können wir eh schon mit der Hand. Mit dem Handling. Und dann einfach hin und sind für Schutzgeister. Leuchtvolle Öffnung. Den Verbündeten gewinnen bei Heilung die maximale mögliche Anzahl Treffpunkte zurück. Und sind bei Weisheit und Tudus Rettungswürfen im Vorteil. Das klingt nicht schlecht. Was nehmen wir da für raus? Das würde ich rausnehmen. Und das hier reinnehmen. So ein bisschen Spirituale Kämpferin. Das passt schon sehr gut. Okay, ich bin hier noch mit der Gendeff. Wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Das ist euer Dekorum. Wir können schon ein wenig von unseren Rationen entbehren. Ich nehme für gewöhnlich keinen Ragebunden auf. Ich nehme an, wenn Sie sagen. Worte mit dem Import werden müssen, damit sie besser absorbieren können. Könntest du sagen? Alminster. Genau. Um... Siehst du... Ich... Um... All das ist zu sagen... Gale, mein Junge. Ich komme, um zu beantworten, eine größte Sache zu sagen. Ich spreche so einfach, wie ich kann. Verschörende die gewöhnlichsten Frills, die meine Sprache decorieren. Ich bin hier, auf behalde von Mistra. Die Message und die Aufgabe, die ich Ihnen bringe, sind sie. Ja. Es wurde tatsächlich als göttlicher Brot geschickt. Es überrascht mich, dass sie euch nach Gales, die Marke überhaupt schickt. Welche Botschaft und welcher Auftrag wären das? Sprech schnell, denn... Denn nichts hiervon betrifft mich. Ja. Aber auch so... ... 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